Hallo, mein Name ist Roland Günther. Ich bin 41 Jahre alt und kandidiere dieses Jahr erstmalig für den Stadtrat Herzberg am Harz und den Ortsrat Pölde. Seit 2012 lebe ich in Pölde und habe die Heimat meiner Ehefrau auch zu meiner erklärt. Für mich ist es eine lebenswerte und liebenswerte Region und ein schöner Ort zum Leben. Ich freue mich, dass unsere zwei Töchter genau hier groß werden können. Als gelernter Verwaltungsfachangestellter möchte ich aktiv in der Kommunalpolitik mitwirken. Meine Kenntnisse zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger hier einbringen und Herzberg am Harz mit seinen Ortsteilen zukunftssicher machen. Über Ihre Unterstützung hierbei würde ich mich freuen.